So, letztes Event der Reihe und dann ist es aber durch. Auf geht's. Zwei Runden auf einem 3,2 Kilometer-Court. Oh, bei vier Leuten nur. Na gut. Und ihr seht schon, wie da vorne auf der 1 steht. Den kennt man. Ja, da sind zwei Runden auf diesem Kurs. Hier sind so nur vier Autos. Da ist wieder eine ganz kurze Folge. Ja, da ist wieder eine große Frage. Ein bisschen dazu zu prämend bisher. In der letzten Runde. So, das hier ist eigentlich nur eins. Ein Auto oder ohne ohne. Woher ein Auto oder ohne ohne? Oh, das geht jetzt gar nicht mehr. So, das ist ein Auto. Und dann haben wir es geschafft. So. So. Level 61. So. 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 So.